Ja, wenn das auch einfach so hier oben steht, ne, dann schaff ich das so einfach mal. Ich will ja kein Dienst da haben. Ups. Nicht schlimm, ist mein Haus. Ich darf hier randalieren. So. Wo geht es jetzt hier weiter bei Sweet? Ja, Mann. The Green Sabre. Oh, ja. Ich Ve gesagt sie das. Ja. P risks, viewers. Nein, ich war nervösstd. Speed, erad Nachbars. Ja, Mann. Wie soll da Herazen? Ja! Ja. Ich finde es sehr Balance. Warte. Wir wollen alle sagen. Aber Buddie ist grega thirty-zero. Er ist ein Kampf zu den Enem. Er ist wie es, wie es ist. Ja! Was es bedeutet, dass es eine Grove Street Familie ist. Ja! CJ, du mein Bruder. Mein Runnin' Dog. Ich sollte nie dachten. Es ist nichts. Aber du bist jetzt, Partner. Ja, das ist halt. Oh! For sure. Listen up! Ich will all y'all gehen, und mit mir in der Untertitel unter dem Mulholland Intersection. Wir rollen auf diese Baller, motherfucker. All right, all right. I'll see y'all in traffic. Ja, let's roll. Ja, for sure. You in? Hell yeah, I'm in. I'm your Runnin' Dog, sweet. Yeah, my nigga. All right, you go get heated up, and I'll meet you at the crossroads. Hey! Hey, CJ, it's Caesar, man. I'm kinda busy now. Somethin' big goin' down. Essie, I gotta see you, Holmes. Tell you something. Look, if it's about Kendall, don't worry. We cool, all right? No, CJ, you gotta come and see something. Something important, eh? Well, it's gonna have to wait. It can't wait, Holmes. If I tell you you won't believe it, it's just, I swear. Ah, okay. I got about five, so it better be good. Where you at? I'm under the freeway. North side of Verdant Plus. Ich weiß auch genau, was Sache ist. Leider. Leider wär das jetzt Big Smoke, die fette Sau. Verraten wir zu sagen. Hat er auch schon verraten. Wahrscheinlich für Bucket by KFC oder so. Alter! You pushin' me over the edge here! So, wo's I? Fuck. So, you dragged me way across town. To see what? Just in time, Essie. Take a good hard look over there. So, some ballers hangin' around the dope spot. So, what? Just watch, Homie. What the fuck? Ryder und Big Smoke sogar. Oh, nah. Shit, Smoke, what you into? Shh, that's it. Look at that ride. That's the motherfuckin' green Sabre. Shit, Smoke? Crash makin' you sell us out? Moms! Sorry, Essie. I heard a rumor poked around. I didn't believe in myself, but... Nah, nah. You did the right thing. I owe you, Seize. I gotta go tell Sweet about... Oh, fuck! Sweet! Look, go get Kendall and take her to a safe place. What you thinkin'? It's Sweet. I think him and the homies is walkin' into a track. Just go. Go! Fuck. Give me the cover, Alter. Sweet, man. Get on, Alter. Damn it, Sweet. Pick up! Yeah, man. Pick up, Alter. Hey, what's up? You call me, but I ain't pick it up. Salima, message after the... Shit, shit, shit! Shit, shit, shit! Yeah, man. Shit. Don't miss the machine at all, we got. Shit, shit, shit. Carpinshue, do you see? I see. Hey! Hey, you all right? You been hit! CJ, where you been? See, the car's going to show me some shit. It's Smoke, and he ain't beat for 10 Penny and some ballons. He's showing us out. Oh, ist alle kalt, Alter. Oh, it's sold now, boy! Life of a bitch, huh? More of this motherfucker! Fuck! Alter, wie viel kommt denn da noch? Was ist das jetzt? Alter! Kacke! Alle tot. Toll. Haha. Und ich werde trotzdem verhaftet. Ja, moin. Ja. Ja. Okay, man. Wo we at? The middle of fucking nowhere. Nice, clean hair. Fuckin' smoke. Oh, sweet! Sweet is alive. Alive and inside. He's in a prison hospital, being treated for gunshot wounds. Awaiting trial. Yeah. Somehow, nobody's caught you yet. Oh, yeah. You should be glad, Carl. Your moron brother's alive. Your street trash soon-to-be-turned-out sister's alive. And she's only sucking one greaseball's dick. Things are going pretty well for you, Carl. So behave, nigga. We want you to do a little favor for us, Carl. Oh, mon. I can't believe that nigga Smoke turned on me. Smoke? Smoke does exactly what he's told. He learned that lesson a long time ago. Take it easy. Yeah, homies for life. Street loyalty. That's all bullshit, Carl. Didn't you learn that when they ran you out of town just cause you let Brian die? Huh? Eddie, I can't deal with this guy. He's an idiot. Let me air this fuck around. No, 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 officer. For once, let's let the kid do something good with his useless life. He's gonna help us with the fight against crime. Right, Carl? Yeah. By any means necessary. Now, you stay the fuck away from Smoke and stay the fuck away from us. Otherwise, Sweet's gonna find himself on a baller's block getting in touch with his feminine side. Hey, Hernandez, you gonna piss all day? Come here. Get your hands off me, man. For some reason, we've got a little problem with a former friend of ours. He seems to disagree with some of our methods. No, who could do that? Yeah, you'll never find anybody as fork-tongued as this snake-ass bastard. Soon as he gets caught with his hand in the cookie jar, you'll whistle any tune Internal Affairs wants him to. See, they got him hiding up Mount Chili in some place. So they can manipulate his testimony any way they want to. I want you to pay him a little visit, Carl. And destroy all his evidence before he testifies. Sort this out, Carl. So Officer Tenpenny can sleep easy at night. Man? We want evidence he ain't gonna talk. Naja, alles klar. Ich soll ihn umlegen. Sag du doch einfach so. Ja? Sag du doch einfach wie es ist. Wir sollen kalt machen. mit der Naja, alles klar. Das ist klar. Ich sehe euch nicht. Ich sehe dich offen. Und jetzt sind sie alle auf den Weg. plants und diese Beren, die sind noch bald. Und dann sind sie. Und dann kannst du nachdenken, Entschuldig sind sie. Und dann ist es okay. Schöter Nightwechsel. Und dann kannst du in der Liebe. Okay, warte mal, hier stand früher ein Moped. Ich verarschen, kein Motorrad hier? Ist doch da hinten. Ah! So, warte mal auf dem Auto. Schüri, ja, was? Nein, ich freu mich. Oh, ich war nicht. 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 Oh, das ist ja。 Auf jeden Fall. Oh. Ich war nicht. Oh, ich war nicht. Wow. Äh, yo. Hey! Hey, hey, hey! So eine billige Strahlen-Sperre da. Ciao! Oh, das ist doch... Okay. Okay, das ist doch der Rest, der andere zu flicht. Okay. Ja, der hat keinen Schotter runtergelegt. Okay! Gar kein Problem! Oh, 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 oh! Easy! Aua! Jetzt! Oh! Uh! Doch nicht so easy. Jetzt bin ich schon fast tot. Das ist natürlich auch nicht so geil. Jetzt hat er FBI oder so am Start. Jetzt ist die Frage. Wetter taktisch nicht schon? Heute ist einfach alle kalt. Jetzt ist die Frage. Wetter taktisch nicht schon. Heute ist einfach alle kalt. Wieso habe ich keine Waffe? Wieso habe ich keine Waffe? Oh! 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 Das ist doch Reds... Mobbing. Wie soll ich das denn machen? Ohne Waffe. Das ist schon echt hart. Ah, hier ist ein Waffenladen. Okay, vielleicht... Sollte ich da mal vorbeischauen. Was kostet die? Oh, gar nicht mehr. Und dann... Einmal SMG. Okay. Scheiße. Ja, muss reichen. Vielleicht noch neun Millimeter. So. So. See you again soon. Hm, du mich auch Allah. So. Jetzt... ...brauche ich ein Moped. Gut. Wurde ich mir doch einfach hier das. Ja. 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 Ja, das ist ein Moped. Ja, das ist ein Moped. Ja. 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 Das geht dann doch etwas zu weit. Alter. Der Weg sind im Ausstieg vom Ausstieg. Du hast immer nicht gescheidet. Das ist der Akzent. Aber er sich macht gerne einen Ausstieg. Als die Ausstiegs-Bassit.